Hallo liebe Hörer von Würzburg Radio, mein Name ist Francesco Grisafulli von Global Office und ich bin live on air bei Business on Air im Interview am Dienstag, dem 22.11. um 17 Uhr. Würzburg Radio, ganz nah an euch dran. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in unserem Greenscreen Studio, um das Ganze auch mal kennenzulernen, die Möglichkeiten kennenzulernen. Sie machen einmal und es ist Weihnachten. Sie sprechen Ihre Weihnachtsbotschaft für Ihre Kunden und bleiben in bleibender Erinnerung mit Würzburg Radio. Mein Name ist Francesco Grisafulli von Global Office. Erreichbar macht erfolgreich. Wir bieten für kleine und mittelständische Unternehmen Kundendialoglösungen. Unser Kernprodukt ist unser telefonischer Erreichbarkeitsservice. Hier ist technisch viel möglich, entscheidend ist, was unser Kunde wünscht. Wir können die Anrufe in seinem Namen entgegennehmen, wir können sie direkt weiterleiten an den richtigen Ansprechpartner, wir können eine Gesprächsnotiz annehmen, Termine vereinbaren oder die Fragen direkt beantworten. Global Office – erreichbar macht erfolgreich. Untertitelung des ZDF, wetten lightly��optionpping mattresses, Abs Emir, Malkes Kormuşau 5, dikkat